Ich würde sagen, dass du bemerkenswert gut ausgesehen hast. Wirklich? Na so, einige haben ihre Gläser mehr auf dich als auf die Bühne gerichtet. Bist du so nett und machst mir mal mein Kleid auf? Ich glaube, wir gehen wohl gleich schlafen, was? Ja, wie du möchtest. Wir könnten auch noch was trinken. Von mir aus? Aber so spät noch? Ja, wahrscheinlich ist es schon zu spät. Es ist nur wegen... ...weil ich morgen so früh auf dem Flugplatz sein muss.